Die Höhepunkte des Spiels des SC Magdeburg, heute zu Gast beim Bergischen AC, gespielt wird in Düsseldorf, in der Mitsubishi Elektrikhalle, die ist ausverkauft. Der BAC, der Gastgeber, in den blauen Trikots in einer Partie, mit einer klaren Rollenverteilung, Fehlburg von Stutzke, die ansonsten aber ein sehr, sehr gutes Spiel heute liebt. Magdeburg im Prinzip ständig vorne, mit solchen Highlights auch versehen, nach knapp 10 Minuten erstmals eine Drei-Tore-Führung. Trotz allem bewundernswert, wie der BAC zuletzt mit 8 Niederlagen am Stück dagegen hält, im Tor des SCM, Hernandez, der heute den Vollzug erhält, vor Nikolai Portner. Super der Einsatz von Stutzke, und zwar nicht nur in der Offensive, sondern vor allem auch als Bollwerk im Innenblock, in der Verteidigung. Trotz allem, es ist souverän, das liegt vor allem auch an Makusson, heute bester Torschütze des Champions-League-Siegers. Stutzke, mal kräftig, mal mit viel Eleganz und mit Technik feiner Dreher hier gegen Ernantus. Noch sind wir in den ersten 30 Minuten. Rückhänder gespielt auf Hornke. Es bleibt immer bei dem Abstand zwischen drei und fünf Toren. Es ist durchaus souverän, was der SC Magdeburg hier heute zeigt. Ist allerdings auch anfällig in der Defensive, über Kreisanspiele oder hier auch mal bei diesem Abschuss von Kretsch. Zur Pause ist es dann ein Fünf-Tore-Vorsprung für den SC Magdeburg. Das ist durchaus souverän. Letzte Aktion, letzte Parade vor allem von Hernandez. Zur Pause also 12 zu 70. Die zweite Hälfte beginnt mit einer Ernüchterung, mit einer roten Karte gegen Tim Notdorf. Der hatte ohnehin schon zweimal zwei Minuten gesehen, bekommt dann nach einem Fauen aber glatt Brot. Es ist ein Spiel für die Moral des Bergischen HC. Es ist eine klare, souveräne Angelegenheit für den SC Magdeburg, aber es gibt kein Debug. Magdeburg weiter, mal drei, mal fünf Tore mit dem Vorsprung. Dennoch, es gibt viele Wechsel, auch im Rückraum. Und es gibt auch das ein oder andere spielerische Highlight, auch seitens des BAC Morante mit diesem Treffer. Am Ende, 27.30 Uhr, es ist eine Pflichtaufgabe gewesen für den SC Magdeburg heute in Düsseldorf. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.